Es geht um Erschöpfung und Fatigue. Im letzten Video haben wir gehört, dass Müdigkeit ein angeborenes, sinnvolles Warnsignal ist, das uns vor der Überlastung schützt. Schmerz verhindert Gewebschäden, Angst schützt vor Gefahren, Müdigkeit schützt uns vor Überlastungsschäden. Doch was ist der Unterschied zwischen Erschöpfung, Müdigkeit und Fatigue? Das hatten wir bereits im ersten Video erwähnt, nämlich dass Erschöpfung oft nach Stress auftaucht, Fatigue häufig nach Infektionen oder anderen schweren Krankheiten. Ansonsten sind Erschöpfung und Fatigue recht ähnlich. Wie kommt das eigentlich? Warum fühlen wir uns bei Infekten krank? Ja, warum ist dieses Gefühl so typisch, dass jeder Mensch weiß, was mit Krankheitsgefühl gemeint ist? Und dazu hilft es jetzt, ein theoretisches Modell anzusehen, das als Sickness Behavior Modell in der Wissenschaft bekannt ist. Sickness Behavior, also wörtlich Krankheitsverhalten, ist ein stereotypes Verhaltensmuster, das es bei Menschen und bei Tieren gibt. Ausgelöst wird es üblicherweise durch Infekte. Merkmale sind zum Beispiel reduzierte Aktivität, Appetitlosigkeit, vermehrter Schlaf, sozialer Rückzug. Dies Verhalten wurde bei einer Vielzahl von Wirbeltieren dokumentiert. Säugetiere, Nagetiere, Hunde, Katzen, Pferde, Schweine, Rinder, Schafe, Kaninchen, aber auch Vögel und sogar Reptilien und möglicherweise auch Fische zeigen ein ähnliches Verhalten. Und einen gewissen Hinweis gibt es, dass sogar Honigbienen davon Ansätze kennen. Hier sind also die typischen Zeichen des Sickness Behavior. Häufig Fieber, nicht immer, Lethargie, Depression, Angst, Unwohlsein, Appetitlosigkeit, Schläfrigkeit, Schmerzempfindlichkeit, Verminderte Körperpflege, Konzentrationsschwäche und sozialer Rückzug. Das ist ja alles ziemlich blöd. Aber wie erklärt sich das? Und wie erklärt sich, dass es über die Gattungen verbreitet ist? Nun, wenn das so ist, dann muss dieses Verhaltensmuster sehr, sehr alt sein. Die letzten gemeinsamen Vorfahren der erwähnten Gattungen, die lebten vor geraumer Zeit. Wir müssen 300, 400 Millionen Jahre zurückgehen in das Carbon-Zeitalter. Und wenn das so alt ist, dann ist es offenbar auch äußerst bewährt und sinnvoll, sonst hätte die Evolution das längst aussortiert. Wir fühlen uns also bei Infekten auf der einen Seite ziemlich mies, dem muss ein gewichtiger Vorteil entgegenstehen, sonst wäre das musterlängst ausgemäntelt worden. Schauen wir uns mal die Vorteile des Nachteils an. Also Fieber zum Beispiel. Die erhöhte Körpertemperatur, das mögen viele Bakterien nicht. Gleichzeitig reduzieren wir die Menge an Eisen im Blut und das ist für uns auf der einen Seite schlecht, aber für die Bakterien noch schlechter, denn die brauchen Eisen viel dringender. Die Lethargie. Der Nachteil ist, sie sind K.O. Der Vorteil, sie sparen Energie, die stattdessen für das Immunsystem genutzt werden kann. Außerdem verhindert die unnötige Muskelaktivität, dass sie den Körper zusätzlich belasten. Nebenbei reduzieren sie noch das Risiko, sich zusätzlich zu verletzen. Depression eigentlich nur mies. Doch der Vorteil, das führt zu Rückzug von sozialen Interaktionen und dadurch stecken sie andere nicht so schnell an. Das ist günstig für die gesamte Gruppe. Außerdem senkt Depression die Aktivitäten und dadurch werden Ressourcen für Heilungsprozesse freigesetzt. Angst erhöht die Wachsamkeit gegenüber Bedrohungen von außen. Es fördert einen Rückzug und ein Schutzverhalten, zum Beispiel um wilde Tiere zu meiden. Unwohlsein. Der Vorteil, es signalisiert dem Individuum, dass irgendwas nicht in Ordnung ist und es erzwingt eine Verhaltensveränderung eben Ruhe, Wärme aussuchen und sich schonen. Appetitlosigkeit. Das reduziert die Nahrungsaufnahme, wodurch der Körper weniger Energie für die Verdauung benötigt und das wiederum dem Immunsystem zur Verfügung stellen kann. Und außerdem wird das Risiko, sich zu vergiften, reduziert. Und schließlich führt auch die Gewichtsabnahme und die dadurch bedingte Ketose zu einer leichten Entzündungshemmung. Schläfrigkeit, naja, im Schlaf werden die Immunprozesse sehr stark gefördert. Nichts ist eigentlich besser als erholsamer Schlaf. Reparaturprozesse werden angeregt und vieles andere mehr. Erhöhte Schmerzempfindlichkeit oder Hyperalgesie, die verhindert unnötige Bewegung, was die Heilung begünstigt. Führt ebenso zu einer vermehrten Achtsamkeit gegenüber Verletzungen, für den Druckzug und durch weitere Belastungen vermieden werden. Die verminderte Körperpflege, Sie wissen, das gibt es bei Menschen, die dann so ziemlich im Schlapperlook rumlaufen und Tiere putzen sich weniger. Das spart Energie, die für die Immunprozesse genutzt werden können. Nebenbei resistiert es manchmal die sozialen Kontakte, was günstig ist, um andere nicht anzustecken. Die Konzentrationsschwäche, die mentale Verlangsamung, auch das fördert die Konzentration auf die Heilung statt auf externe Reize, reduziert die Belastung, Sie sparen Energie. Sozialer Rückzug, das haben wir bereits genannt, vermindert die Ansteckungsgefahr für Artgenossen. Fassen wir kurz zusammen. Sickness Behavior ist keine Fehlfunktion, sondern eine evolutionär entwickelte Überlebensstrategie. Es hilft, den Körper zu schonen, um Infektionen zu bekämpfen und die Ansteckungsgefahr für andere und durch andere zu vermeiden. Die zugrunde liegenden Mechanismen sind uralt und tief in der Evolution verwurzelt. Viele davon finden sich nicht nur bei Menschen, sondern auch bei Tieren und möglicherweise bei sehr frühen Lebensformen. Stellen wir nun Sickness Behavior und Fatigue gegenüber. Die Gemeinsamkeiten sind frappierend. Es gibt kleine Differenzen, aber mit ein wenig Abstand scheint Fatigue nur eine Variante des Sickness Behavior zu sein. Doch ein Unterschied fällt auf. Bei Sickness Behavior wird das Verhalten durch einen akuten Infekt ausgelöst und es geht weg, wenn der Infekt vorbei ist. Bei Fatigue scheint dieser Auslöser zu fehlen, aber wir werden sehen, so ganz fehlt der dann doch nicht und vor allen Dingen er dauert länger. Es geht nicht weg. Was haben wir jetzt mit dieser Betrachtungsweise gelernt? Müdigkeit, sonnenklar, ein wichtiger Schutzmuster, die den Körper für Überlastung bewahrt und die Regeneration fördert. Ein angeborenes Walden tritt bei Säugetieren, Vögeln, Reptilien, Fischen, Insekten, ja eigentlich bei fast allen Lebeformen auf. Bereits Cyanobakterien, na die sind ziemlich alt, haben eine gewisse Anpassung geschafft und sind bei Sonnenlicht aktiver und wenn es dunkel ist, inaktiver und das ist drei Milliarden Jahre her. Erschöpfung und Fatigue sind sehr eng mit dem Sickness Behavior verknüpft. Es ist ebenfalls angeboren und reicht gleichfalls tief in die Evolution ein paar hundert Millionen Jahre zurück. Bei Fatigue ist offenbar ein Verhaltensmuster getriggert, das ebenso ein lebensentscheidender Vorteil ist. Es ist ein Überlebensmuster, das bei Krankheiten insbesondere, aber nicht ausschließlich, bei Infekten aktiviert wird. Durch dieses Muster haben unsere animalischen Vorfahren und wir in den letzten paar hundert Millionen Jahren überlebt, wenn wir durch Krankheiten bedroht waren. So wie Müdigkeit keine Fehlfunktion, sondern Absicht ist, ist also auch Erschöpfung und Fatigue letztlich keine Krankheit, sondern es wird aktiv herbeigeführt. Das Ziel ist die Überwindung von Krankheiten, insbesondere Infektion. Der Unterschied zwischen dem normalen Sickness Behavior und Fatigue ist, Fatigue geht nicht vorbei. Und im nächsten Video schauen wir uns unter dem Licht diese Erkenntnis an, was das für Post-Covid zu bedeuten hat oder andere Erschöpfungssyndromen. Das Ziel ist das Ziel. So wie Müdigkeit! Der Unterschied ist mit der Anerkennung des Tränenes, aus den Litten Schraftwerks und Bildungsgeräusche. Das Ziel ist das Ziel. Erste ist diese Auflöpfung, hier ist es einem Punkt in Angen zu Das Ziel ist das Ziel.